Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Part von Heyday. Farmen bewerten, Part Nummer 20 und das heißt Anmeldephase vorbei. Jetzt könnt ihr euch leider nicht mehr anmelden und jetzt müsst ihr auf die nächste Season warten, bevor ihr euch wieder anmelden könnt. Das heißt fröhliches Dekorieren an alle, die jetzt für die nächste Season sich schon mal vorbereiten, beziehungsweise diejenigen, die schon dran waren, eine etwas schlechtere Bewertung bekommen haben und jetzt nochmal verbessern für die nächste Season. Es gibt auch ab jetzt eine kleine Regeländerung, damit sich das alles nicht zu lange zieht, wird jetzt ab, also ab diesem Part, wenn Leute unter zwei Punkte haben, also auch wenn sie zwei Punkte haben, werden wir dafür auch einen weiteren dran nehmen. Ich möchte ungern Leute ausschließen, die sich jetzt beworben haben, da muss man vielleicht mal bei der nächsten Season gucken, wie man das macht, aber jetzt, sagen wir mal, der erste, der jetzt drankommt, kriegt anderthalb, dann kommt dafür am Ende noch einer dazu, maximal zehn Farmen pro Part, würde ich jetzt einfach mal so sagen, außer alle sind schlecht und so haben wir dann einfach ein größeres Pensum an Farmen in einem Part und auch eine größere Wahrscheinlichkeit, gute Farmen in einem Part zu sehen. Genauso machen wir das und wir starten jetzt mit Black River, ich wollte schon gerade sagen Murphy, aber ist er auch dabei? Nö. Okay, Black River, kann irgendwie auf Murphy kommen, jetzt hier die erste Farm in diesem Part und gucken wir mal, was hier der Schwarze See für uns zu bieten hat und ich freue mich schon auf die restlichen Farmen hier in Farm bewerten, Season Nummer 7, bevor Season 8 losgeht, ist ja auch schon mal ganz gut, ne? Ja, Black River, was hast du denn hier? Also eine sehr, sehr kleine Farm mit jetzt nicht so viel Deko, beziehungsweise das, was in Level 47 so machbar ist, hat er jetzt hier auf der Farm hier, ähm, ja, hat er einen kleinen Eingang gebaut mit Kakaobäumen und Fahrrädern. Übrigens, guckt euch mal das an, meine neue Capture-Karte ist da, guckt euch mal an, wie smooth das Bild ist, also die Übertragung ist mega, oder? Also da habe ich jetzt echt keine Kosten und Mühen gescheut, die Übertragung jetzt vom Tablet auf dem PC ist doch super, oder? Also guckt euch mal das an, wie geil das aussieht, wenn man jetzt hier so langsam rüber geht. Das sieht besser aus, also besser bei OBS aus, als am Tablet. Das ist schon krass. Ja, auf jeden Fall hat er den Eingang gebaut. Das finde ich jetzt nicht so gern mit den Fahrrädern, Fahrrädern sind nicht so die beste Dekoration. Dann die Blumenhecke und Hecke da bei den Gebäuden, oder auch bei der Bank da, das finde ich auch echt nicht so schön, ne? Hier, also einfach so random mittendrin, und dann auch noch, boah, also das passt gar nicht zusammen. Also, das würde ich einfach löschen. Also, das würde ich noch nicht mehr ändern, das würde ich einfach nur löschen. Mehr nicht. Ja, und die Blumenhecke um die Gebäude drumherum. Vor allem auch Schmelzofen, die Kombination, verstehe ich gar nicht so ganz. Also, du hast einfach so ein bisschen Dekoration hingestellt, aber noch nicht ganz, wie man sie verbindet. Die Mauer da bei den Futtermühlen hat auch nicht so viel Sinn. Also, schön, dass du Deko hast, aber wenn du die Deko, die du jetzt auf der Farm hast, auch noch gut in Szene setzt, das wäre natürlich noch gut, wäre noch natürlich eine coole Sache. Weil hier der Eingang zu der Futtermühle, ich weiß, dass es ein Eingang ist, aber erstmal passt die Mauer nicht, und zweitens ist es auch nicht so der beste Eingang, würde ich nochmal ändern. Ein Eingang zu Rosie und der Nest geht aber nirgendwo hin. Dann hier die Apfelbäume, hier unten noch ein bisschen Deko. Leider jetzt nicht so viel Black River, und hier haben wir schon den ersten Fall, wo es jetzt eine etwas schlechtere Bewertung gibt, und dafür, das heißt, wir kriegen gleich noch eine weitere Farm da rein. Wer wird ja gleich sehen. Er schreibt aber noch, hey, würde mich mega freuen, wenn du meine Farm bewertest, sei bitte nicht so streng. Ich hoffe, ich war nicht so streng, aber du kriegst auf jeden Fall 1,5, und dann gehen wir zur nächsten Farm, und ich hoffe, beim nächsten Mal bist du, ja, hast du mehr dekoriert und mehr vorbereitet. Aber nichtsdestotrotz, schöne Dekoration, die du hast, wenn du jetzt noch hinkriegen würdest, dass sie dann auch noch richtig gut aussieht, wäre natürlich dann eine sehr, sehr gute Leistung. Okay, nächste Farm, Ravioli Level 61. Wo ist er hier, die Ravioli Box? Ravioli Box? Ravioli, da ist er, Ravioli. Ravioli sind ja Nudeln, oder? Ich bin jetzt nicht der Asien-Experte, auch kein Experte in Sachen Einkaufen oder sonst irgendwas. Ich glaube, da müssten wir, wenn dann Tom fragen, weil er geht ja immer zum Aldi und zu den ganzen Läden. Tom ist so ein richtiger Aldi-Mensch. Für alle, die wissen, wie so Aldi-Menschen aussehen, ihr wisst Bescheid. Manche gehen ja nur in Aldi, wenn Angebote sind. Dann gibt es aber auch diese richtigen Aldi-Menschen, die nur um Aldi einkaufen. Und das ist Tom. Das ist ja nicht negativ gemeint. Tom ist ein smarter, junger Mensch. Aber Tom ist halt einfach so ein richtiger Aldi-Mensch. Das ist einfach so. Ja, Ravioli, hier schöne Farm, also im ersten Blick. Hier dieses Feld-Design, das sieht echt cool aus. Also mit dem Weizen, mit dem Silos passt super. Der Kuhzaun, der Fahrt. Der Eingang zum Schiff, der passt sogar dazu, wenn man jetzt die Mauer noch ein bisschen wegdenken würde. Das ist echt klein, aber fein. Finde ich gut. Gut, dann geht es Eingang zum Schiff, auch ganz gut geworden. Hier mit dem Blumen, mit dem Weg. Kühe passen oben zur Molkerei. Bäume geben noch einen schönen Flair. Ist jetzt eher großräumig dekoriert, aber ganz gut. Das hier finde ich dann wieder nicht so gut hier mit den Wegen. Und Kerzen machen, Juwelier, passt gar nicht zusammen. Mine. Ja, die Blumen sind so ein bisschen überflässig. Darauf finde ich auch nicht so gut, dass du die Schmelzöfen so random platziert hast. Das ist jetzt nicht so meins, aber dieses Flair von dem Bäumen, von dem Naturweg, das passt echt gut da hin. Eingang zu Rosé und Ernest gemacht. Richtig gut. Gut, hier finde ich das schon so ein bisschen zu großräumig. Also klar, Sandwich, dicke Sushi-Bar mit diesen Essplätzen, das passt ganz gut. Aber es fehlt dann so dieses Wohlfühlen. Also wenn man so einen Park macht und man sitzt da und möchte was essen, dann fehlt es natürlich auch, dass man sich wohlfühlt. Und das kommt hier halt so gar nicht rüber. Da haben wir ja unten dann noch ein paar Tiere. Die Tiere mit... Was ist das eigentlich? Warum hast du hier so einen Cut gemacht? Also warum haben die Schafe hier einen anderen Weg als der Rest? Finde ich ein bisschen komisch. Ist mir für mich auch gerade nicht ersichtlich, warum das so ist. Dann kommt hier jetzt noch so ein größerer Park. Aber dann mit abwechselnden Bäumen, Wegen. Warum sind Popcornmaschinen und Tortenofen so eingeknastet? Finde ich nicht gut. Und dann haben wir die Bäckerei und Kuchenofen. Finde ich ein bisschen komisch. Ab und zu vertausche ich Kuchenofen und Tortenofen. Müsst ihr mir verzeihen, manchmal vertausche ich das und dann hier unten noch die Bäume. Schön dekoriert. Weil das hier in der Mitte finde ich ein bisschen fragwürdig, ein bisschen zu viel durcheinander. Hier unten halt schade, dass die eingeknastet sind und Bäumebüsche ganz gut. Und ich glaube so, da man die sowieso auf der Farm stehen hat, ist das schon eine ganz gute Sache. Ravioli, hier oben echt super gemacht. Dann hast du es schwer nachgelassen. Ich gebe dir für deine Farm eine 3,5. Nächste Farm ist Weems Level 64. Keiner weiß, was das heißen soll. Vielleicht Wir Ne, wir ist ein Kackwort zum Anfang. Warum essen eigentlich Menschen Saft? Das ist doch mal eine gute Übersetzung für Weems. Warum essen eigentlich Menschen Saft? Das ist doch eine sehr, sehr gute Sache. Ich wollte eigentlich Ach, ist doch egal. Weems, ja. Hier ist deine Farm. Sehr, sehr viel Blumen hast du hier am Start. Ähm. Boah, das ist Boah, ne. Also, ich dachte, das wäre gut, aber irgendwie sind das zu viele verschiedene Blumen auf einmal und der Weg ist gar nicht richtig, also hier steht da ein über, hier steht da ein über. Die Hecke hört nicht auf. Hast du das nicht gesehen? Hä? Warum hast du den Weg nicht hierhin gepflanzt und die Hecke da hin? What? Also, das verstehe ich gar nicht. Da kommt mein Kopf nicht so ganz drauf klar. Dann die Bäume hier hinten. Eingang zum Schiff, ganz gut. Ich weiß nicht, ob die lila Blumen da am besten sind, aber ich hätte da eher nicht die lila Blumen gewählt. Dann hier die hohen Bäume. Die machen so ein bisschen den Eingang kaputt. Würde ich wegmachen. Die hohen Bäume passen da nicht so ganz. Hier oben das leere Viereck von Nix. Dann hast du hier eine Schweineecke vor den Schmelzöfen. Vor dem, vor der Mine meine ich. Es passt auch nicht, oder? So ein Paradies Ding vor, vor der Mine. Also hä? Ne, das, das geht nicht. Der Garten ist ganz zugemauert. Mit Scheune, Molkerei. Wird eine Molkerei im Garten. Hm. Hier die Gebäude. Boah, das verstehe ich auch nicht. Hier ein Kuhzaun, da Blumen, hä? China-Bereich kommt jetzt. Also hier ist echt ganz, ganz viel durcheinander. Auch so ganz viele verschiedene Wege, Mauern und so, ne? Das ist viel zu viel verschiedenes, Weems. Da musst du auf jeden Fall nochmal drüber gucken. Das ist zu, too much durcheinander. Too much quer durchgefällt. You know? Hier. Also so Querwege runter finde ich eigentlich ganz gut mit dem Bean. Passt doch überraschend gut zu Weiß. Also Gelb passt echt immer, also nicht immer, aber passt ganz, ganz gut zu Weiß. Das Schwarze mit dem Brombeerbüschen ist auch ganz gut dazwischen. Aber Schwarz-Gelb-Weiß passt dann wieder nicht so. Ein bisschen schade. Und hier unten haben die Kühe noch ein bisschen Blumen bekommen. Also du hast so eine Blumen-Affinität, aber dann eine zu starke Affinität mit den Blumen, die ganz schwer mit so manchen Sachen zusammenpasst, wie zum Beispiel Mine oder den Mauern. Das ist echt heftig. Aber ich gebe dir für deine Farm, das heißt wir kriegen noch eine zweite rein, eine 2 von 10. Nächste Farm ist Murphy. Ach, da ist doch Murphy, hä? Ich wusste doch, der war hier. Murphy, Level 78. Dann werden die Parts vielleicht ein bisschen länger, aber ist halt so. Bisher kriegen wir zwei weitere Farmen hier in den Part. Oh, der Triggerbaum. Er ist ja wieder, auch wieder hier, Palma de Mallorca am Start so gefühlt. Auch wieder wenig Dekoration. Hier unten ein schöner Friedhofsbereich. Aber das reißt dich auch nicht raus, Murphy. Ich habe den Rest schon gesehen. Okay, Palm. Was soll mir das sagen? Ist das ein Kreuz? Ist das ein Kreuz? Oder ist das ein Vogelbeck mit Blumen? Wissen wir nicht. Werden wir nicht drauf kommen. Also diesen Bereich ist so an sich finde ich echt schön gemacht. Mit den Blumen, mit dem Wasser. Aber der Rest der Farm ist ja einfach fast null dekoriert, ne? Also wenn man jetzt nur hier von dem Blumenbereich über die... Hier muss man drüber springen, weil das darf man nicht sehen. Und dann jetzt zu einer Art Standard-Tier-Design. Er hat das Standard-Tier-Design so quasi in einem Kreis gemacht. Wechselt. Ist da echt kaum was dekoriert, ne? Ja, da musst du auf jeden Fall mal nachlegen, Murphy. Das geht ja gar nicht. Gebäude außenrum. Kann man machen, aber dann bräuchst du mehr Dekoration drin. Weil dieser Bereich hier ist echt richtig schön. Das mit den Tieren ist auch gut gemacht. Aber der Rest der Farm ist leider nix. Und deswegen gebe ich dir für deine Farm... Ja, ist ja echt nur ein Achtel, ne? Kann man ja echt... Oder ein Zehntel. Wenn ein Zehntel 100 Punkte sind, dann ist das eine 2 von 10. Deswegen gebe ich dir auch eine 2 von 10. Er schreibt, kein Geld investiert. Dafür eine sehr schöne Farm. Nächste Farm, Hof des Geldes. Das heißt, wir haben drei Nachrücker hier für den Part. Natürlich werden jetzt die Nachrücker auch noch weniger Punkte haben. Geht das natürlich nicht weiter. Das wäre natürlich dann eine Endlosschleife. Aber gucken wir mal, wie wir es machen. Hof des Geldes. Häufiger mal im Livestream gewesen. Und jetzt hier bei Farmewerten am Start. Also hier oben. Ein bisschen naturmäßig aber mit Mauern kombiniert. Das mag ich nicht so. Eher Hecke wäre da besser gewesen oder Blumenhecke. Dann hier ein Weg zum Schiff vom LKW, ganz gut. Hier in den China-Bereich. Ein bisschen zu voll. Aber ansonsten passt hier Suppenküche, Sushi-Bar und alles. Das passt da ganz gut rein. Smoothie Mix, da kann man sich drüber streiten, ob das da reinpasst. Aber ansonsten ganz gut. Ich hätte vielleicht noch einen anderen Weg genommen, weil, wie gesagt, Weg, da passt der jetzt nicht unbedingt am besten rein. Ein Mineneingang gezaubert, auch wenn es nur zwei Schienen sind. Schmelzofen, Juwelier. Hier dann die Hühner, Silo, Scheune. Hätte ich eher die Hecke genommen anstatt den Zaun. Das finde ich jetzt nicht so gut mit dem Zaun. Dann hier die Felder mit den zwei Statuen. Ganz gut gemacht. Dann Platz, Wasser da dran. Dann hier Mauern mit... Das finde ich zu random. Einfach so mittendrin hier die beiden Gebäude. Du hast alles so Blumen naturmäßig gemacht. Und dann, ähm... Ja, sind da auf einmal so zwei Mauern-Komplexe drin. Würde ich rausnehmen. Hier die Kühe schon bei der Molkerei. Wo ist eigentlich die dritte Kuh? Dritte Kuh, wo bist du? Reimt sich sogar. Dritte Kuh. Ah, da, bei den Ziegen. Hä? Okay. Ich würde irgendwie versuchen, die dritte Kuh noch da reinzukriegen. Schafe. Hier. Eicheln haben einen guten Spot. Auch ein schöner Wohlfühlbereich hier, ne? So eine Art Park mit Lagerfeuer. Ganz schön geworden. Der Weihnachtsbereich sieht an sich auch nicht schlecht aus, aber der... Ja, du hast hier so ein Naturfeeling. Das ist genauso wie mit diesen beiden Mauern-Komplexen hier. Das passt nicht so ganz hier rein. Der Friedhof passt schon eher da rein. Ja. Klein. Aber ich würde mir noch ein bisschen größer machen, den Friedhof. Brauchst die damit nicht verstecken. Denn hier unten noch ein bisschen Winterbereich. Hier unten würde ich... Aber merkt man auch, wer das ein bisschen nachgelassen hat. Da gingen so ein bisschen die Ideen aus, die du hier oben hattest. Würdest du versuchen, die Ideen von hier oben noch ein bisschen weiter nach unten zu ziehen. Dass du einfach das ein bisschen Länge ziehst. Und sowas wie hier kannst du ruhig dazwischen machen. Aber dann so einen Winterbereich mit Zaunwüchtern weglassen. Was dann, glaube ich, zu viel ist. Ja. Ich gebe dir für deine Farm eine... Ja. Ich gebe dir eine 3 von 10. Okay. Dann haben wir jetzt 3 Nachrücker, wenn ich das richtig sehe. Fangen wir an mit Markos Farm. Der wäre jetzt der nächste. Da können wir jetzt nicht nach Level gehen. Gehen wir jetzt einfach dran, wer das nächste dran wäre. Das ist Marco. Marco, Nachrücker der Erste. Kann man einfach mal so sagen. Oh, Massentierhaltung on. Schreibt da was? Ne. Schreibt nix. Hat auch nix. Ach. Das ist aber hier ein ebenwürdiger Nachrücker. Marco, Marco. Also da ist echt wenig Deko. Da brauche ich auch nicht so viel zu sagen. Dekorieren anfangen. Aber ich finde gut, dass du hier schon bei den Gebäuden Wege dazwischen hast. Mine-Eingang ganz gut gezaubert. Aber ansonsten leider echt wenig. Massentierhaltung mag überhaupt keiner bei uns. Hier in der Community. Also glaube ich zumindest nicht, dass einer das mag. Ja, die Eiskarten. Aber das ist schön in Szene gesetzt. Das gibt natürlich einen Gummipunkt. Und deswegen bleibt es auch beim Gummipunkt. Das ist der einzige Punkt. Eins von zehn. Nächster Nachrücker Bahnfahrer S4. Keine Ahnung, was das heißt. Ob er jetzt auf Gleis 4 fährt. Aber das wäre dann G4. Weiß ich nicht so genau. Bahnfahrer S4. Wenig erweitert. Er schreibt, leider komme ich nicht mit den Farmerweiterungen hinterher. Das passt sogar. Das ist genau meine Rede. Hier ganz schön viele Brombeerbüsche. Und ganz schön viele Honigbüsche auch. Würde ich jetzt nicht unbedingt als Deko zählen, weil ich mag Honigbüsche oder allgemein Nutzbäume. Büsche, Nutz, alles. Nicht so unbedingt als Dekoration. Hier die Gartenzwerge im Einklang. Schafe. Ja, das ist halt auch einfach wenig Deko, ne? Aber das sind Bereiche, finde ich, cool. Mit den Feldern, ne? Das ist echt gut gemacht. Herbstmäßig. Da passen sogar die toten Brombeerbüsche zu. Würde ich noch austauschen. Aber das ist ein echt schöner Bereich, den du da gezaubert hast. Dann hier die Hasen und das Vogelhaus. Das passt auch richtig gut da rein. Aber der Rest ist leider echt wenig. Bahnfahrer. Das ist leider, ja, leider, leider wenig. Aber ich gebe dir für deine Farm eine 1,5. Obwohl nicht, ich gebe dir eine 2. Ich gebe dir eine 2 von 10. Nächste Farm, Marlons Wunder, Level 52. Dritter Nachrücker. Und letzte Farm für heute. Marlons Wunder. Da ist er. Okay, Marlon. Letzte Farm. Hast du noch was dir zu bieten? Sehr, sehr viel Grün. Sehr, sehr viel erweitert für Level 52. Sehr, sehr viel Durcheinander. Also sehr, sehr viel Grün. Sehr viel Durcheinander. Das hier finde ich wieder richtig cool. Mit den einzelnen Feldern und mit dem Wasser drunter. Ich bin ja so ein Harvest Moon Kind. Ich bin mit Harvest Moon damals aufgewachsen. Deswegen mag ich auch Farmspiele. Und da könnte man das auch so bauen. Das hier finde ich echt schön gemacht. Die Hühner passen da gut hin. Scheune, Silo, echt super. Kühe bei der Molkerei, auch gut. Dann geht es hier runter. Kommen die Schweine. Die passen da nicht so ganz hin. Die Mine ist zugebaut. Bisschen schade. Wege da drum rum. Pferdestall, Schmelzofen, Schaf hier beim Wasser. Auch ganz gut. Bäckerei. Weiß nicht, ob die da so hinpasst. Aber ganz gut aufgeteilt. Die Schmelzöfen sind da ein bisschen deplatziert. Die passen da gar nicht hin. Weil erstens weiße Maul passen die nicht hin. Pflanzen passen die nicht hin. Und Platzierung ist auch sehr fragwürdig. Deswegen würde ich die woanders hinstellen. Dann geht hier der Weg weiter. Hier lässt es jetzt echt nach. Also du gehst jetzt von deinem grünen Wohlfühlbereich in eine weiße Grotte über. Das ist halt hier so ein bisschen schade. Natürlich, irgendwo müssen die Gebäude stehen. Also ich finde gut, dass du sie trotzdem noch so ein bisschen abgetrennt hast. Aber so an sich leider unten nachgelassen. Tja, Marlon. Ich würde hier noch ein bisschen mehr Grün reinbringen. Vielleicht ein bisschen weniger Wege. Das ist so wie hier oben basteln. Mehr mit Hecke arbeiten. Und weniger mit den Steinwegen, Steinmauern. Das passt hier gar nicht zu der Farm. Weil der grüne Übergang zum weißen Übergang ist leider echt nicht gelungen. Ich gebe dir für deine Farm eine 2 von 10. Und damit haben wir es heute. Acht Farmen. Beste Farm heute trotzdem. Ravioli mit 3,5 von 10. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob wir die Nachrücker auch noch dann nach... Also noch weitere Nachrücker lassen sollen. Dass wir dann immer auf 10 Farmen kommen, wenn wir in Anführungsstrichen Bewertung schwächere Farmen haben. Aber das sind alle Farmen. Wir hatten heute dann... Markus Farm 1 von 10. Black River 1,5 von 10. Dann hatten wir Murphy, Weems, Bahnfahrer, Marlons Wunder mit 2 von 10. Hof des Geldes 3 von 10. Und Ravioli 3,5 von 10. Sehr, sehr schöne Farmen dabei gewesen. Sehr, sehr gute Ideen. Danke fürs Mitmachen. Lasst ein Abo da, Daumen nach oben. Denkt wie immer an den Creator Code. Danke, dass ihr das macht. Haut rein. Ciao.